Mein Name ist Mola DiBizio und mein guter Freund Salvatore Truppier hat dir das Gedankengut eröffnet und das ist der absolute In-Spot. Das beste Essen, ein kleiner Club, eine absolute Wahnsinns-Location. Draußen eine Wahnsinns-Terrasse. Heute hat Benjamin Rose hier gesungen, also für Live-Musik ist gesorgt. Der Laden Nummer 1, Rohnstraße 88. Check it out. Be there or be square. Big up! Gedankengut aus dem einfachen Grund, weil hier sich das Gute verbindet und ich habe versucht, alle Gedanken in einem positiven Aspekt zu handeln, beziehungsweise Gedankengut. Was passiert hier am Wochenende? Wir werden jedes Wochenende Live-Musik hier haben, sonntags einen Jazz-Brunch anbieten und in der Woche gibt es für uns ab 9 bis 16 Uhr Frühstück. Super tolle Musik, super Leute, tolle Location. Ich bin auf jeden Fall stolz auf dich selber, du machst das. Herzlichen Glückwunsch zur Eröffnung. Wir kommen gerne wieder. Gutes Essen, gute Drinks. Ich bedanke mich für all meine Gäste, die hier zahlreich erschienen sind und wünsche Ihnen alles, alles Gute. Ich bedanke mich für alle Gäste, die hier zahlreich erschienen sind und wünsche Ihnen alles, alles Gute.